... sich gefasst machen, denn es geht hier um vieles, wer hier in die F2 aufsteigt ist, wir sehen hier Lenny, der in seinem Klima... ...T&T Lidl's Buch, hat er gerade gesagt, in die F2 aufsteigt, der Fahrt? Ja, das ist eigentlich F3, also es gibt da so drei Tiers oder so. Bistensweise F3 und Ersatzfahrer, das ist ein bisschen... Achso. ...90% ... ... die wir noch auf Software nicht einmal zum Genie... ...geguckt, es ist hier besonders schwierig, denn hier muss es so viel bremsen, dass du den Exit und den Schwung beim Exit halt gut mitnimmst, dass du auch auf Pace bleibst, sonst ist es zu klicken. Direkt der A, dann kommt meine persönliche Hasskurve, die mag ich dir gar nicht, zweimal auf dem Kopf ist weg. Also nicht den Kopf, überhaupt. Dann bist du hier nämlich direkt weg. Und ich hoffe mal, dass es hier, kann man sich anmelden. Für was willst du dich denn hier anmelden? Also, wenn ich billiger anmelden muss, muss, äh, ja, Instagram unter SNADOS Racing geben, glaube ich, ähm, muss ich, äh, hier bewerben, dann... ... was ist das du? Hm? Was ist du, der gefragt hat? Ne, oder? Ja, dort. Oh man. Äh, welche, was war das nochmal? SNADOS Racing League. Oh Gott, wie wird das geschickt jetzt? SNADOS Racing League. Steht doch auch im Titel, oder? Ja. SNADOS Racing League. Abonnieren. Matt, warum geht da so langsam da vorne? Die Lücke ist groß genug. So, wo kann man sich jetzt hier anmelden? Ich fahr gleich die Runde. Ich fahr gleich die Runde. Äh, Digga, ich bin auf Hotlab. Bruder? 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 Danke. Ähm, was muss ich jetzt machen? Ich hab... Ich bin kurz auf Hotlab. Okay. Okay, dann muss ich die, muss ich die ansteigen. Ja, aber... ... das ist ja... Warte mal. Ja, ich warte mal. Okay, die Sonne schnell. Ich glaube, der eine ist gerade eine 1,56 gefahren. Zu weit raus? Ja, 1,56. Das ist schon stark. Ja. Ich bin nur 1,57.1 gefahren gerade. Nice. Ich hänge noch eine Runde dran. Ich hänge noch eine Runde dran. Ich hab die jetzt einfach mal angeschrieben. Nice. Ich überh� mal按 Medikationsruppel. Das ist schon mal Literally. Die Runde dranwn再e. Die Runde so her, nein... ... und steh der Liste. Ja, Philipp. Und weil es gut ist, Quando in der Liste. Für вами wird das... ... nochin bis jetzt was Prince Wright. Great... Verdammt, 2 Zehntel verloren. Bisschen Zeit verloren, aber das war ja schon mal ein bisschen besser. Sorry, dass ich so still war, aber... Alles gut. Danke, dass du auch ein bisschen... Ja, ich mach den Stream aus, okay? Wegen Internet, oder? Nee, weil ich selber noch ein bisschen zocken wollte. Achso, ja, okay. Kau ich mir im Nachhinein nochmal an. Aber 1,56 auf Medium ist schon mal anfangen. So, ich glaub das ist noch ein bisschen Cold War oder so. Aber der ist einfach 1,55 auf Medium, yo. Dann will ich wissen, wie die auf Softs abgehen. Ich auch nicht, glaub ich. Ich habe jetzt noch eine Knotch. So. Ich habe jetzt noch eine Knotch. So. So. Ich habe einfach keine Sprit mehr, ein bisschen rumjumpen. Alles klar! Oh, Training-Fun war auf jeden Fall... Also KI hat echt hart genervt, aber hat schon mal geholfen. Wie überall gelbe Flagge ist, weil niemand mehr Sprit hat, ist zu nice. Vielen Dank. Vielen Dank. Na komm, ein bisschen Multi-Player. Oh oh, denk dran, ich muss fahren, also nicht zu laut werden. Ah, du holst doch! Ja, ich will nicht. Ja, ich will nicht. Ja, ich will nicht. Ja, ich will nicht. Ah, du holst doch! Ich bin beim Teufel, sonst rückt mich der Gott. API 3, damit kann ich erstmal nehmen. Aber auch gerade nicht mehr so viele Leute drin. Und erst noch gerade wird sich bestimmt noch ändern. Aber am einen Tag habe ich auf jeden Fall Zeit liegen lassen. Okay. Ich glaube im Mittelsektor habe ich so ein paar kleine Schnitzel drin gehabt. Ich hatte so fünf Zehntel und am Ende habe ich zwei gewonnen, glaube ich. aber halt alles zusammenkriegen ist halt bei einer langen Strecke wie Spar. Ich fahre mit zwei Autos auch nicht so leicht. War auch keine schlechte Runde. War eigentlich ganz zufrieden. Ja. Passiert halt, ne? Ja, also passiert halt. Auf der erste 1,55 auf Mediums also. Respekt. Da frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Die Nachteile mal. Dass ich mich nichtaviere mal был. Das wäre ja das richtig. Wie war das denn? Ich bin da. Ich habe das irgendwie noch ein paar Mal in meinem Leben falsch gemacht. Ich bin sicher sicher. Ich bin da jedenfalls geliefert. Ich bin da echt und mache ich es in meinem Leben falsch gemacht. Und jetzt habe ich mich jetzt schon mal in meinem Leben falsch gemacht. Und mal wiederes mal was ab. Und ich bin da. Und jetzt habe ich zuvor ich vielleicht noch mal. Wenn ich mir eine ganze Liga noch mal auf den Stick ziehen. Und irgendwann abloaden. Ich habe ja auch extra Wartel. Eine Stelle dafür... Uuuuh... Der struggelt ein bisschen. Entweder untersteuern oder... Ne, sieht eigentlich nach untersteuern aus. Hätte vielleicht ein bisschen mehr viel gebraucht. Properly cheated, so wie ich. So, dann ein bisschen... Dann ein bisschen Nuketown. Alter, beim zweiten sieht das so smooth aus. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr Frontend. Oder Hex. Ne. Der hatte richtig... Nicht guten Turnen. Wobei, dafür ist er auch dritte auf der... Auf dem Tempo da. Mich selbst kann ich leider nicht deduktiv verschließen, wie hoch ich bin. Vielleicht habe ich ja auch vergleichsweise wenige, aber... Ich glaube nicht, dass so viele 4-6... Aaaaah... Digger, ich komme mit den übelsten Prestige Masters in eine Lobby. Prestige 7... 4... 4... 2... 2... 3... Da stehst du sehr auf diesen Modus. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, es ist... Also klar ist es manchmal scheiße, so, ne... Es macht manchmal keinen Spaß, ne... Aber, eh, umso besser ist es dann, wenn du einmal ein Match schaust. Wo du so richtig hart rein rasierst... Also wo du einfach nur so so rumgehst quasi... Und sterb... Und fötbar bist und einfach nur noch so... Pam, Pam, Pam. Also das ist richtig geil. man weiß nicht aber für anderen wahrscheinlich auch nicht so schmaßig und ich weiß nicht ob ich diese absolute domination brauche hilft mir auch nichts wenn ich nur gegen so leute spiel die noch unerfahren sind aber das heißt hilft mir auch nicht klar ein bisschen practice habe ich dann schon aber nicht mehr diesen push du leckst auch der xd gamer yt ich schaue mal bei diesem einlauf zu durch das natürlich ich kann eigentlich noch mal mediums fahren aus wie nala und langsam wird es aber auch ganz schön kalt hier dieses warte ich snipe noch ein bisschen mit dieser ekligen sniper warte wo ist denn dieser wahrscheinlich dabei zu sein und hat sie umbenannt ich habe nicht nur wegen dir gesagt sondern weil der eine die sich erst mal direkt spieler hat ich glaube ich bin noch mal kurz auf toilette vielleicht die anspannung aber ich habe ja noch ein bisschen zeit wir sind um wir sind wir sind wir sind wir sind der Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020